Das ist unaufhaltsam in manchen Punkten. Und wir waren da. Und da. Und das ist hier nicht so viel. So viele Pilze. So viele Pilze. Die leuchten so schön im Dunkeln. Sind dezent radioaktiv verseucht. Drakes Abschiedsbrief. Auf diesen zerrissenen Stück Papier stehen die letzten Worte von Drake Morton. Einem Entdecker und Schatzsucher. Irgendwann wird es einfach zu viel. Ich habe fünf Nächte ohne Schleif, in denen diese Schurken, die sich hinter meinen Rücken verschworen, einen Riesenkäferangriff, bei dem ich meinen Fuß verlor und einen nicht enden wollenden Schluckaufer tragen. Oh ja, der Schluckauf, der ist wirklich schlimm. Aber es hat sich gelohnt, denn ich habe ihn gefunden. Ja, der Schatz gehört mir. Wer weiß, welcher große Held einst diesen magischen Edelstein benutzte. Aber eins weiß ich. Weder Brandon noch Erik werden ihn in die Finger bekommen. Ich werde sie heute Nacht vergiften. Dann werfe ich den Stein in den Tümpel und vergifte mich selbst. Nur für den Fall. Niemand hält Drake Morton zum Nachen. Okay. Er hat letztendlich auch sich selbst getötet. Und den Stein hat er in den Tümpel geworfen? Also, die waren jetzt auch Schatzsucher nur um ihn kurz hier in der Hand zu halten. Oder hat er sich selbst... Ist ja auch irgendwie doof, ne? Aber nur geringfügig. Da war's das. Okay, hier könnte ich runterspringen, aber halt, ne? Den Steinturm, da kann ich nicht... vernichten. Okay. So. Käfer down! Die Käfer haben down, sind schon oben. Wie viele Käfer kommen denn da? Aua! So. Aber bevor wir hier lang gehen, gehen wir hier noch weiter. Wir enthalten das Wissen und die Erfahrung der Kreaturen, die du tötest. Ja, das weiß ich doch. Vielen Dank für den dezenten Hinweis. Der Tooltyp kam ja auch erst dreimal. Viermal. Da kann man das auch ruhig nochmal voll selber ansagen, ne? Sicher ist sicher und so. Jetzt haben wir auch von Faible 1 waren so mit den ersten Gegner Käfer. Bösen, bösen Käferlein. Großartiger Kampf. 208% Bonus-Erfahrung. Okay. Wollen wir das jetzt ein großartiger Kampf? Was ist das? Okay. Ah, okay. Ah. Das Ziel verändert sich. Von Farbe her. Und dementsprechend muss ich halt dann unterschiedliche Dinge tun. Da 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 da. Sonst hier noch was? Ne. Dann gehen wir doch mal durch die fröhlich sich öffnende Tür. Was haben wir denn hier? Bücher, die ich nicht lesen kann. Sauerei. Und eine Abzweigung, die ich einfach mal nehme. Ohne zu wissen, wo genau ich hier hinkomme. Okay. Immer auf die armen Fässer. Ja, der Hund hat auch nen Schatz gefunden. Ach, sag bloß. Kindergesundheitstrank. Schmeckt nach Kirschen, gemischt mit Tepentin. Für Verletzungen und Dauerstufe. Schön. Für alle, die öfter mal Aua schreien, ist das durchaus mal etwas, was man zu sich nehmen kann. Ach, da hat er auch nen Schatz gefunden. Der Held von Oakvale. Dies ist eins der vielen Bücher über den Helden von Oakvale, der den gefürchteten Messer Jack besiegte. Obwohl es sehr unterschiedliche Berichte über das Leben und die Taten des Helden gibt, sind sich alle einig, dass er das legendäre Schwert der Ionen gegen Jack einsetzte und ihn zweimal tötete. Einmal als Mensch und später in Form eines Drachen. Zu seinen vielen anderen Errungenschaften gehören sein Sieg in der Hexenholz-Arena, das Erlegen des Weißen Belverines und die Befreiung der Feuerherz-Propheten. Obwohl alle offiziellen Berichte über mögliche Nachkommen beim Angriff auf die Heldengilde vernichtet worden wären, wird weiter angenommen, dass seine Blutlinie noch existiert und eines Tages ein neuer Held kommen wird, um Albion in Notzeiten beizustehen. Tja, wie jetzt dieser eine Held aus dieser Blutlinie sind, hm, halte ich für sehr unwahrscheinlich. So, und noch eine billige Heizkette. Ui, toll. Lässt sich verkaufen. Das Ende ist beinahe nah. Dies ist eine Sammlung von Vorhersagen und Untergangsahnungen des Mystikers und Wahrsagers Arthur Löwenzahn. Seine kryptischen Visionen, wie die von zwei naiven Brüdern, die den heulenden Tod über eine Stadt des Blutes bringen, führten zu Spekulationen und viel Schulterzugungen. Seine anderen Prophezeiungen beinhalten die Erfindung einer Maschine, die beim Säuberm verschmutzter Gewänder hilft. Seine bekannteste Wahrung sagt das Ende der Welt voraus. Laut Löwenzahn wird es allerdings nicht sehr plötzlich kommen. Der Boden wird beben und die Vergangenheit stößt auf blutigste Weise in die Gegenwart. Doch vielleicht wandelt sich auch eine fremdartige Kreatur in einen Drachen und macht alles nieder, lange bevor dieser Fall eintritt. Was weiß denn ich? Das ist hier ja schließlich keine exakte Wissenschaft. Das ist natürlich auch, ne? Kann man machen. Sagen wir noch was? Glaube ich nicht. Oh, dann gucken wir beim anderen Bücherregal nochmal. Oh, jetzt gucken wir. Der Zackenturm. An diesem seltenen Buch hat die Zeitspuren hinterlassen. Es erzählt vom Untergang des Alten Reichs und dem, was vielen Gelehrten zufolge der Auslöser dafür war. Der Zackenturm. Der Bau des Turms soll vom letzten Archon in Auftrag gegeben worden sein, da er ihn als eine Art Kanal für die gesamte Willenskraft der Welt nutzen wollte. So sollte eine gewaltige Macht beherrscht werden, mit Hilfe derer der Benutzer sogar die Realität selbst formen könnte. Am Tag der Fertigstellung betrat der Archon den Turm und die Untergebenen warteten auf seinen ersten Wunsch. Was immer es war, es setzte eine verheerende Energiewelle frei, die das gesamte Reich zerstörte. War das wirklich der Wunsch des Archon, eine verdorbene Welt auszulöschen, damit eine neue entstehen konnte? Ist doch immer, ne, so die klassische Vorstellung von, ne, Weltbereinigung und sowas. Kennt man doch. Doch oft so. Muss erst alles sauer machen, bevor man wieder alles schmutzig machen kann. Das macht Sinn. So, hier vorne lag ein Bücherregel. Ich gucke nochmal. Aber hier kann ich nicht A drücken. Okay. Ich hab's versucht. So, da hinten leuchtet etwas. Hinter diesen morschen Türen liegt die Heldengilde. Ist das der Ort von damals? Da war doch auch so eine Brücke oder sowas, ne? Ist das der Ort? Seit Jahrhunderten hat diese Akademie die begabtesten Söhne und Töchter Elbiens ausgebildet, die durch das gemeinsame Blut verbunden waren. Einst von den Bewohnern Elbiens angebetet wurden die großen Helden gefürchtet und gehasst. Niemand erinnert sich mehr an die Nacht, als die Gilde brannte. Sie wurde vergessen. Aber es gibt noch Helden. Du bist hier. Und das gleiche Heldenblut fließt in dir. Sieh dir die Wände an. Dein Vorfahr war einer der mächtigsten Helden aller Zeiten. Als Kind erlitt er einen furchtbaren Verlust, von dem er sich nie erholen sollte. Aber als die Welt sich gegen ihn verschwor, wehrte er sich. Er wurde stark. Stark genug, um die Welt nach seinen Wünschen zu formen. Das ist deine Aufgabe. Die Welt nach meinen Wünschen zu formen? Die Gelder hat auf dich reagiert. Tritt ins Licht und erfahre die wahre Macht der Helden. Okay. Die Schicksalskammer ist jetzt auf unserer Karte. Das ist der Raum. Das ist tatsächlich der Ort, wo die Gilde einst war. Der Ort, an dem wir gegen Jack gekämpft haben. Schon so ein kleiner Gänsehaut im Moment. Zusammen mit der Musik. Schön wieder zu Hause zu sein. Dein Blut erwacht. Ja. Du kannst jetzt deine gesammelte Erfahrung in Stärke, Können oder Willenskraft leiten. Stärke verbessert deinen Kampf mit Handwaffen. Mit Können schießt du schneller und auch präziser. Mit Willenskraft kontrollierst du die Macht der Magie. Mhm. Das ist ein Kalis-Tor. Es reagiert auf die Willenskraft seines Benutzers. Bisher konntest du keine Willenskraft anwenden. Aber dadurch, dass du hergekommen bist, hast du Willenserfahrung erhalten. Erlerne eine Willenswertigkeit, um das Kalis-Tor zu aktivieren. Okay. Ähm. Jetzt verwende dein bisheriges Wissen, um Stärke, Können und Willenskraft zu verbessern. Schock lähmt deine Feinde und trifft sie mit Blitzen. Inferno lässt magische Flammen auflodern, die deine Feinde verbrennen. Mit Zeitkontrolle kannst du die Welt um dich herum verlangsamen oder dich schneller bewegen. Klingen erschafft magische Schwerter, die den Feind aufspießen. Wirbel erschafft einen mächtigen Wirbelsturm, der deine Feinde mit Trümmern oder anderen Feinden trifft. Chaos verwirrt deine Feinde und macht sie unberechenbar. Sie fliehen, greifen Verbündete an oder verlieben sich sogar in dich. Mit einem Energiestoß schleudert Kraftstoß deine Feinde gegen umliegende Objekte. Das ist in engen Räumen sehr effektiv. Mit Tote erwecken, erwachen die kürzlich Verstorbenen zum Leben und kämpfen für dich. Okay. Das ist natürlich halt so die Frage, was will man letztendlich? Was haben wir hier? Zauberauswahl? Das habe ich nicht. Ähm... Ja, ne. Eigentlich ist alles halt eigentlich schon ganz nett, aber ich glaube ich nehme erstmal die Klingen. Klingen erschafft magische Schwer... Ihr habt den Zauber Klingen erlern. Beschwört eine Zauberklinge, die eure Feinde angreift. Klingt gut. So, dann gehen wir nochmal Richtung Stärke. Brachialaktionen schalten besondere Fertigkeiten für den Nahkampf frei. Sieht mir ein bisschen nach Blocken aus. Achso, das sind die Oberkunden. Ah... Ah, okay. Mehr Schaden, okay. Okay. Ihr habt die Brachialaktionen blocken. Sie schalten besondere Fertigkeiten für den Nahkampf frei. Haltet X gedrückt, um Nahkampfangriffe eurer Feinde zu blocken. Okay. Das haben wir erstmal gemacht, ne? Dann können wir später noch weitersehen. Bei Köln haben wir noch was? Technikaktionen. Technikaktionen. Sie schalten besondere Fertigkeiten für Fernwaffen und andere wichtige Fertigkeiten frei. Mhm. Mit zunehmender Präzision richtest du mit Pistolen, Gewehren und Armbrüsten mehr Schaden an. Je höher deine Geschwindigkeit, umso schneller kannst du deine Feinde angreifen. Ja, machen wir das doch mal. Ich hab nicht genügend davon... Irgendwas, was ich mir leisten kann? Nee. Ja, dann halt nicht. Okay. Sehr gut. Fühlst du, wie die Kraft dich durchströmt? Das ist nur der Anfang. Betätige mit deiner Willenskraft den Kreisel, um das Tor zu aktivieren. Sofort. Wenn du es aktiviert hast, kannst du nach Bauertümpel reisen. Erstmal... Auf www.fable2.com könnt ihr sehen, wie man an Gold und Gegenstände kommt, die eure heroischen Vorgänge hinterlassen haben. Prüf es? Ja. Okay. Ja. Amen.